also muss live coaching heißt es ich muss streamen auf discord oder wie sieht es aus das kommt darauf an wenn dein rechner oder den internet nicht stark genug dafür sein sollte dann können wir auch in ganz normalen analysen gehen ich würde schon auf das code stream dann okay angucken wie spielen ja genau das ist dann viel besser wegen kamera führung und so auch okay wie gesagt wenn es nicht klappt ist auch kein problem es klappt easy okay du hast mir in dem fragebogen reingeschrieben dass du noch kein coaching hat das richtig wie kommst du dazu dann dass du jetzt so das coaching nehmen wolltest also was war so der faktor dafür also ich weiß nicht ich will halt die season noch master schaffen und es geht keine ahnung schaffe ich einfach nicht deswegen mit was für mit was für eine motivation spielst du denn um master zu kommen einfach so oder um ins team zu kommen irgendwo da ich wollte letztes season schon unbedingt schaffen also nicht irgendwie um ins team zu kommen einfach ich will ich will einfach schaffen so und letztes season habe ich nicht also ich war so close nicht gepackt und das hat mich sehr hart abgefuckt ja kann ich verstehen also es gibt da schon einige dinge über die ich da mit dir reden muss einfach okay weißt du was qualitatives training ist und was quantitatives training ist ich denke mal wenn man sich auf eine sache fokussiert dann ist es wahrscheinlich qualitativ so auf cs oder sowas da geht schon in die richtige richtung ich habe nicht so viele ahnung okay da geht ich mir in die richtige richtung du hast diese season fast 2000 spiele es ist krass ja das ist eine sehr gesunde anzahl würde ich behaupten ja das ding ist viele davon sind halt einfach gespammt einfach so also ohne ohne nachzudenken einfach gespielt der ja das ist das problem hast du zufällig dark souls gespielt oder so dark souls nee okay aber ähnliches wenn du league of land spielst musst du machst du sport irgendeinen sport habe ich früher im moment nicht mehr was hast du gespielt gab gemacht also ich habe ich habe so krafttraining gemacht ein bisschen mehr nicht also einfach fit gehalten so aber im moment gar nicht dann kannst du es ungefähr so vorstellen die 2000 games ist so als willst du permanent mit muskelkater ins fitnessstudio gehen einfach warum auch immer so und dein muskel nicht genug zeit geben zu regenerieren was dann natürlich keine produktive aktion ist league of legends strengt natürlich deine muskeln und deine und deine körperlichen dinge nicht an aber es ist halt geistig und mental sehr herausfordernd wird man es wahrhaben will oder nicht und straight up weiter von den 2000 games sind bestimmt 1500 komplett nutzlos gewesen die season damit ich mir zu 90 prozent sicher 500 stück würde ich sagen okay hast du wahrscheinlich mit full focus gespielt vielleicht bisschen mehr vielleicht bisschen weniger 500 stück vielleicht vier oder 300 stück so hast du vermutlich 100 prozent rausgeholt und versuche dich zu improven der rest die 1500 1600 stück sind komplett garbage und du musst dir ganz schnell bewusst werden dass es rein gar nichts bringt einfach nur wie behindert zu spammen das einzige was das macht ist dass es dich beschäftigt hält und du dich gut dabei fühlst weil du denkst du machst etwas produktives ich denk oft sogar dass es komplett useless ist und warum machst du es dann keine ahnung dicker weil ich entweder getiltet bin oder einfach keine ahnung rage queue halt und du weißt dass du rage queust ja also ich meine du nimmst es dann im moment so wahr oder erst im nachhinein also ich schaff's oft auch aufzuhören also moment höre ich auf wenn ich getiltet bin aber früher habe ich es halt nicht gemacht seit wann machst du das ungefähr also aufhören vielleicht drei wochen okay auch nichts geholfen so der punkt ich eben mit qualitativen und kontaktiven trinken nennen wollte ist du wirst ja irgendwie irgendwann klein wenn du 51 prozent win rate hast theoretisch über kurz oder lang ja das ist rein mathematisch einfach so ne du hast erstens 49 prozent das heißt wenn du weiter 1000 games wirst du wahrscheinlich trocken auf deinem vier oder so ne was einfach rein automatisch schlüssig ist so und das hauptproblem dabei ist dass du diese games nicht dazu verwendet sich qualitativ zu verbessern das ist so wie wenn du mit freunden offen auf dem bolzplatz gehst und dort jeden tag zwei stunden einfach eier schaukelt bis bälle durch die gegend schießt und rumdickst jeden tag das ding ist halt mein gedanke dabei ist ich war schon mal die 1 ich war schon bei der master promo ich muss mich nicht verbessern um mir rauszukommen aber ist wahrscheinlich falsch ja dann fragt er da hat das straight up du was du mal warst ist scheißegal es interessiert nur was du bist also legit das ist sowas von irrelevant jeder spieler um dich herum verbessert sich 24 7 das allgemeine level des spiels steigt täglich weil die leute zeit investieren und es mehr ressourcen gibt und so um sich zu verbessern wenn du jetzt 100 games spams und ein typ in deiner eigenen derselben elo nur 50 games spielt aber diese 50 games konzentriert spielt wird er höher klein als du obwohl du mein master oder fast master warst er macht sinn und wenn du mir sagst so ich war mal master ich muss mich nicht verbessern dann gut lag im e-sport seite dann werde ich auch nicht helfen können weil das was ist was du mental fixen muss und das wird einfach nur klar ausdrücken okay okay der punkt den ich eben schließen wollte war dass wenn du jetzt beispielsweise täglich zwei stunden auf dem boys platz kriegst aber ein anderer typ nur alle zwei tage eine stunde mit dem trainer und dem team trainiert wird der typ sich natürlich auch stärker verbessern weil qualitatives training hat weil er anweisungen und anleitungen hat und so ne und dieses spammen ist halt wie auf dem bolzplatz gehen weißt du klar verbesserst du dich irgendwie irgendwann passiv bestenfalls oder bis halt hartstack aber du verbesserst dich wirklich im adäquaten tempo eigentlich fast gar nicht so was denkst du denn was deine was deine problem bereiche sind also ich glaube das hauptproblem auf jeden fall mental und die games also wie viel ich spiele und wahrscheinlich auch ingame sachen die ich nicht sehe deswegen habe ich das coaching ja ja ich glaube ich feite zu viel also dass das ist das einzige was ich was ich wirklich sagen kann ich feite einfach zu viel und will halt immer feiten das ist halt das basically das was mich wahrscheinlich viele games kostet ich spiele auch champions die meistens einfach nur feiten wollen so ja wenn du schon es vielleicht ein bisschen weniger aber spitze du oder solo ich bin nur solo komplett ja also ich habe also manchmal wollen einfach leute dass ich mir den duo und ich mache einfach ich mache es einfach so damit ich mich in ruhe lassen aber ja sonst spiele ich nur solo vielleicht ein drei games höchstens so in der woche je höher du kommst ist wertvoller wird du okio weil bot lane eine war die rolle ist die eigentlich die meiste kommunikation mit dem team erfordert nur jedoch soll es natürlich nicht mit jedem text du okio spielen sondern dann halt mit jemandem der ich auch wirklich wirklich improven will ne das dann vielleicht ein bisschen schwierig zu finden in high elo weil viele leute sich einfach eier schaukeln und sagen ich bin diamond fuck it ich will nicht weiter und ja einfach so als kleinen anreiz oder gedanken anstoß ne also ich dachte mir so ich will es eigentlich solo schaffen also ja kannst du auch also wie gesagt ist natürlich ganz dir überlassen es war nur als ein zusätzlicher blickwinkel ähm du meinst ja gerade du feitest zu viel kannst du das ein bisschen spezifizieren so in mir paar beispiele nennen in situationen oder so geben boah also das vain game das alle wenn du mal hochscrollst bei opgg das vain game ich habe da einfach afelius und dulo gefeitet ohne gründen wir sind einfach gestorben einfach so ich habe alles verloren und keine ahnung es musste müsste halt nicht sein so warum machst du das denn boah das ist eine gute frage also ich meine du du hast einen problembereich von dem du weißt dass das ein fehler ist du bist dir dem bewusst ich glaube ich habe getiltet und was ich stand zwei null in dem game und dann haben die einfach den afelius gefeatet und dann keine ahnung dachte ich so okay fack jetzt ich weiß nicht einfach dumm bei solo q kommt nie und wurde ich auch gedacht na das gut bei solo q kommt nie auf ein game oder zwei games dann es kommt immer auf die masse an und klar klingt das jetzt ein bisschen kontraintuitiv weil ich eben gesagt hatte spielst viel zu viel aber damit meine ich halt einfach dass wenn der afelius in einem game gefeatet ist dann kannst du auch darauf scheißen kannst du zumindest anfangen zu lernen für deine nächsten games damit umzugehen diese dinge hören sich natürlich sehr simpel und logisch an aber das meiste von dem musst du legend bei dir fixen da kann ich dir auch nur bedingt bei helfen klar können wir eine fehleranalyse tätigen und gucken wir herausfinden wo da genau die probleme und blockaden liegen und gucken ob wir die irgendwie richten und fixen können aber alles was mit mentality zu tun hat ist an erster stelle die aufgabe des spielers an aller allererster stelle okay warum ist der league of legends so wichtig mal einfach in den raum gefragt ich spiel schon seit seit ewigkeiten also keine ahnung ab season 3 habe ich gespielt und ich streue mir auch also ja und das band mit meiner frage jetzt nicht gerade genau warum ist die league of legends so wichtig nur weil du viel zeit in was investiert heißt es ist nicht automatisch dass es dir wichtig sein muss ja weil ich keine ahnung ich will halt besser werden ich will wirklich dieses erlebnis haben so high elo mäßig ich hatte das halt nicht wirklich ne also außer d1 wo ich halt d1 hatte ich das bisschen aber nicht so so die spitze weißt ich kann nicht den die ich mal anfassen so gucken alle auf mich herab weißt so wer guckt auf dich herab es war jetzt ein beispiel okay ist nicht ernst gemeint ich werde auch high elo so wirklich high elo was ist denn für dich rein von der definition her high elo wo siehst du high elo master master 100 master 200 grand master challenger ich würde schon sagen grand master ab grand master warum ziehst du ab da die grenze ist einfach so also weiß nicht weil ich immer close to master war aber ich nicht das gefühl habe dass ich high elo war und deswegen denke ich grand master okay das ist nämlich ein ganz wichtiger punkt denn diese ganze geschichte von high elo und so ist reine subjektive empfindungssache es gibt ja keinen ausschluss an die govland spielern die entscheiden ab 200 lps man high elo oder so weißt du ja das stimmt schon so und rein formal rein objektiv bist du mit top 0,8 prozent aktuell mit diamond 30 lp bist du du bist besser als 99,14 prozent oder 1 2 prozent aller europäischen spieler das heißt du bist besser als knapp 6 million menschen mindestens ja das ding ist halt wo ich noch nicht damit war dachte ich ich schaffe niemals und wo ich dann da war denke ich mir die leute sind so schlecht hier ich weiß nicht wie ich das damals denken konnte und das ist wahrscheinlich genau das gleiche was ich damals erfunden habe es ist halt auch eigentlich genau dasselbe das ding ist halt der iron spieler denkt sich gold ist high elo body kriegen skins alter die kriegen end of game skins so gold denkt sich platin ist high elo boi sind fast diamond alter das höchste was geht so weiß ich weiß ja so es ist also mir ist einfach wichtig herauszuarbeiten warum du da die ganze ziehst weil also es ändert sich nix ab 100 lp ab 200 lp ab 300 lp leute in immer noch gehen afk haben keine ahnung was die für was die was die da für eine scheiße fabrizieren so hast du dir oder guckst du die high elo replays an ja also das mache ich wirklich oft und welcher elo ungefähr und von welchen spielern also meistens irgendwelche koreanischen adc's oder auf drag das doublelift sneaky die drei meistens da hast du aber gerade drei pro spieler genannt das sind keine solo-gear-spieler die spiel noch mal auf einer ganz anderen ebene der typische solo-gear-spieler was gehen wir kurz diese liste durch ja mal gucken wir gerade alles challenge ist immer bottom 100 nach kein ist semi pro aber immer ist es in unicorns Pukki. Pukki ist ein ganz gutes Beispiel. Kennst du Pukki? Ne. War das der Shen? Ne, das war nicht der Shen OTP. Der ist P2. Fuck, Alter. Kennst du P2? P2? Sagt mir irgendwas, aber ich weiß nicht genau. Der ist Mid to High Challenger Shen OTP. Und der spielt wirklich extrem gut. Er spielt auch sehr schön Makro und den ganzen Scheiß. Aber er ist halt immer auch Solo-Cue-Spieler. Und auch er in seinen 1000 LP Challenger Games oder 800 LP Challenger Games hat teilweise eine 08-Botlane. Weißt du? Oder er hat eine 04-Jungler oder so. Diese mentale Grenze, die man sich zieht zwischen Grandmaster oder 200 LPs High-Ele oder so. Das ist eigentlich objektiv oder faktisch. Es ist halt einfach fucking sinnbefreit, weißt du? Ähm. Und wenn du dich dann deswegen tiltest, weil du sagst, okay, ich möchte High-Ele sein, weil ich spiele das Spiel schon lange und ich möchte einfach für mich selber beweisen vielleicht, dass ich es schaffe oder so, ne? Dann ist das natürlich alles fein. So, gar kein, gar kein Ding, Alter. Das sind ja eigene Ziele, die man sich setzt. Ähm. Aber wenn dich diese Mentalität davon abhält, zu improveen, weil du dir zu viel Wert und Druck auf einzelne Situationen oder Spiele machst und nicht das große gesamte Bild siehst, dann wirst du dir immer mehr Steine selber in den Weg legen. Ja, ich weiß. Aber ich kann, ich keine Ahnung. Ich muss es halt mental irgendwie auf die Reihe bekommen. Ich, ich glaube auch, wenn ich weniger Fehler mache, dass ich dann auch weniger tilt, so. Wie drückt Ich mache ja immer noch viele Fehler, so, deswegen. Wie drückt sich dein Tilt bei dir aus? Wirst du wütend? Wirst du Keyboard Warrior? Gehst du? Nee, nee, gar nicht. Ich fresse es alles in mich rein, dann spiele ich so schlecht und dann spiele ich weiter schlecht und dann droppe ich von D1 auf D4 in zwei Tagen, so ungefähr. Mhm. Erkennst du im Moment, wo du tilted bist, dass du tilted bist? Ja. Aber guck mal, dann gibt es da doch schon mal einen ganz einfachen Fix. Guck mal, emotional möchtest du natürlich weitermachen, weil wenn du ein Game verlierst, warum auch immer, dann ist die erste Reaktion immer, oh, ich muss mir die IP zurückrollen. Ja, genau, genau, ja. So, der Mensch ist halt so als, als Lebewesen, dass Verluste, Schmerzen stärker als Gewinne einen befriedigen. Wenn du beispielsweise im Casino bist und 1000 Euro gewinnst, aber 500 verlierst, hast du eben auch plus 500 gemacht, aber das denkst du dir nicht, du denkst dir, fuck, ich hab 500 Euro verloren. Und wenn du in League of Legends drei Games gewinnst und dann sagen wir, bei 15, 20 LP, 60 LP machst, und dann ein Game verlierst und dann wieder 15 oder 20 droppst, dann denkst du dir, geil, ich hab heute 40 LP gemacht, du denkst dir, fuck, Alter, hab ich auf 20 LP verloren. Ja, dann denk ich mir, fuck, ich war so close zu Promo oder sowas. Genau. So, der Mensch hat ein sehr, äh, abgeranztes Gehirn, basically. Und in dem Moment, wo du so emotional wirst und wo du, äh, halt dieses, dieses Tiltgefühl auftaucht, ne, dieses Verlustgefühl, auch wie auch immer du das betiteln willst, ist jetzt vollkommen egal. In dem Moment, wo das herkommt oder auftaucht, schattet dein logisches Denksystem ab. Ähm, also das menschliche Gehirn ist in drei Teile geteilt, ne, und das, was für logisches Denken, rationale Übungen und einfach für, für Sachverstand und so da ist, ne, und das Sprachzentrum, das ist gerade mal 20.000 Jahre alt oder so, oder 30.000 Jahre alt oder sowas. Ist halt noch nicht so alt im Vergleich zum Rest, ne. Und wenn du dann zu emotional wirst, dann shuttet das down. Wenn du das dann nicht erkennst und deine Emotionen unter Kontrolle bekommst, wirst du es sehr schwierig haben, nicht nur in League of Legends, auch so allgemein, aber wirst du es vor allem sehr schwierig haben, in League of Legends dich über Dauer zu Improven, weil du deine Aktionen emotional tätigst. Und diese Aktionen sind meistens Bullshit. Boah, diese Entscheidungen sind meistens Bullshit. Ja, du hast recht. Du hast einfach recht. Ich meine, stell dich raus, ich hab doch Ahnung, wovon ich rede. Boah, wer hätte das gesagt, Alter? Ähm, aber wenn du mir zum Beispiel sagst, du weißt schon, dass du, äh, du, du empfinde, warte, du weißt, wenn du tilt gehst, okay? Dann ist das schon mal ein sehr großer Schritt, weil du dadurch, ähm, das Aktivieren deines rationalen Denkens vereinfachen kannst. Es ist natürlich immer noch schwierig, weil Menschen sehr emotional geprägte Kreaturen sind, ne? Aber es ist einfacher oder simpler zumindest. Beispielsweise, das kommt natürlich auf dich als ein Typ Menschen an, ne? Aber mir zum Beispiel, wenn ich tiltet bin oder wenn ich, äh, mies drauf bin durch ein Game oder so, dann mach ich kurz Pause fünf Minuten. Ich steh auf, geh mir einen Kaffee kochen, weiß ich nicht, geh aufs Klo. Ich geh weg vom PC auf jeden Fall. Und dadurch kann sich diese gesamten Emotionen, die staunen sich dann nicht so auf, weil ich nicht auf dem Bildschirm gucke, weißt du? Wenn ich jetzt End-of-Game-Screen bin und dann, äh, auf die LP gucke oder auf den, äh, Damage-Graphen, dann sehe, boah, Alter, mein Jungle hat nur drei Damage das gesamte Spiel gemacht, weißt du? Ja. Und je länger ich da drauf gucke, desto abgefuckt da werde ich, weißt du? Und durch das, äh, Kaffee kochen oder was auch immer, ähm, kann ich dem gut entgegensteuern, ne? Aber wie gesagt, da musst du auch selber für dich irgendwo wissen, was für eine Art Mensch du bist, ob dir das hilft. Manchen Leuten hilft es zum Beispiel, ähm, wie bei mir halt einfach physische Bewegung reinzubekommen, ne? Manchen Menschen hilft es, sich irgendwie abzulenken und beispielsweise, äh, ein YouTube-Video zu gucken oder sonstiges. Da gibt's tatsächlich eine League of Legends-Studie drüber, also Studie in Anführungszeichen. Da hat ein Typ verglichen wie High-Elo-Spieler, also Diamond Plus, hat der als High-Elo klassifiziert, ne? Ähm, nach einer Losing-Streak, boah, nach einer Losing-Streak umgehen, ne? Und, ähm, im Schnitt hat er festgestellt, also Losing-Streak wurde als zwei oder mehr Niederlagen definiert. Okay. Und, äh, Menschen, oh, nicht Menschen, Leute, die nach einer Losing-Streak einfach weiter Games gespammt haben, haben im Schnitt eine Win-Rate von 10% weniger. Das heißt, die kurz Pause gemacht haben von 10, 15 Minuten, ne? Die haben, ähm, ungefähr 50 bis 55% Win-Rate und Leute, die weiter gespammt hatten, hatten zwischen 45 und 50%. Äh, ich guck mal kurz, ob ich dir die, äh, rausfinden kann auf die Schnelle. Äh, aber währenddessen kannst du dir vielleicht schon mal Fragen stellen oder Sachen, wie du so da, denkst oder so? Ähm, ich überleg. Ja, überleg ruhig, ich such grad den Beitrag. Was macht für dich nen, guten ADC-Spieler aus? Das würde ich mir gern wissen. In Solo-Q oder allgemein? Uff, machen wir mal Solo-Q? Ähm, ich denke, ein guter Solo-Q-ADC weiß, wie er geduldig spielt. Okay, das bin ich schon mal nicht. Weil die meisten Leute in Solo-Q und die meisten ACs in Solo-Q wollen ihren, ihren Cock einfach richtig reinrammen, so. Weißt du? Okay. Ein Fight beginnt und die sind die Ersten, die engagen. Allerersten. Und wenn du dir mal so wirklich Pro-Play ansiehst oder wenn du dir, ähm, von mir aus gerne auch Reckless oder Gozu oder Sneaky hast du gesagt, ne? Yes. Ähm, wenn du all die Leute mal ansiehst, dann wirst du merken, dass die alle, wenn ein Fight beispielsweise ausbricht, dass die alle super lange gechillt hinten warten, bis die ganzen Abilities raus sind und so, ne? Ich glaube, dieses, ähm, geduldige Spielen Ach, ich hab einen Beitrag gefunden, Gottbless, Alter. Äh, dieses geduldige Spielen ist, glaube ich, etwas, was viele Leute, ich schenke ihn per Discord, ne? Ist halt etwas, was viele Leute einfach gar nicht können. Und das überträgt sich nicht nur auf Teamfiles, das ist natürlich auch in der Landingphase oder Midgame und so, ne? Und eine weitere Sache ist halt, dass jede Solo-QA ADCs sind fucking dumm. Also wirklich einfach dumm. Ja, okay. ADCs, ja, I mean, weil ADCs ist halt eine sehr mechanisch intensive Rolle, ne? Vielleicht sogar die mechanisch intensive Rolle, darüber könnt ihr jetzt natürlich diskutieren. Ähm, aber viele ADCs beharren sich zu sehr auf ihre Mechaniken und denken, oh, ich kann outplayen, ich hab noch mein Flash, ich hab hier, ich hab, ich hab keine Ahnung, was auch immer, ne? Ja, ja, true. Und, also ich will jetzt keinem ans Bein pissen, ne? Aber, wenn ADCs einfach generell ein bisschen versuchen würden, so, nur ein bisschen Gehirn zu benutzen, würde ich schon sehr viel besser sein. Ich bin zum Beispiel mechanisch nicht der Beste, so, ums Gelinde auszudrücken, ne? Äh, und die meisten meiner Games gewinne ich dadurch Smart-Spiele, indem ich rotiere, Objectives mache, Turrets nehme oder Wave-Control benutze. Das sind alles Dinge, die kannst du auch mit einer Hand machen, theoretisch gesehen. Dafür brauchst du keine Mechaniken, ne? Mhm. Ich glaube, das sind so die beiden größten Punkte. Also, entweder sind Solo-Q-ADCs, also ein guter Solo-Q-ADCs geduldig, er weiß, wann er einen Fight nehmen kann, und er ist smart. Denn, ich habe zum Beispiel bei meinen Teams früher in Tryouts ganz häufig mehrere ADCs gehabt, die relativ ähnlich hohe Elo hatten. Vielleicht war einer Diamond 1, der andere Master 100, der andere Grandmaster 300 oder so. Und nicht selten habe ich mich für den entschieden, der, ähm, weniger Elo hatte, aber smarter war einfach. Weil in Solo-Q kannst du climben, wenn du einfach deinen Cock in den Gegner reinsteckst, so. Weißt du? Weil die Gegner sind auch dumm, natürlich. So. Also, das ist wie so ein Affengehege praktisch. Du musst einfach nur der Alpha-Affe sein. Ja. So. Aber ich habe immer mich für den entschieden, wo ich gemerkt habe, okay, Alter, der ist smart, so. Ähm, mit dem kann man arbeiten auch, so, weißt du? Es ist nämlich nie, oder ich erkläre es mal anders, mechanische Fehler können immer passieren, richtig? Du kannst dich verklicken oder aus, wo durch der Flash kommt oder so, ne? Jo. Das heißt, selbst der beste mechanische Spieler wird irgendwann einen Fehler machen. Wenn du smart bist und intelligent spielst, klar kannst du auch schlechte Entscheidungen treffen, oder kannst Fehlentscheidungen treffen, aber meistens beruhen Entscheidungen auf Fakten. Weißt du? Und da ist es dann halt weit auch schwieriger, dumm zu sein, wenn du schon ein gewisses Grundkonzept hasst, basically, ne? Ich denke, das sind so die beiden, ähm, Grundausschlaggebenden Dinge. weißt, do ebenso, wie, ja, okay, weißt, Bis zum nächsten Mal.